Da haben die ein System gebaut, wo in der alten Treppe sich letztendlich ein kleiner Aufzug befindet, der jetzt dauert ungefähr eine Minute, dieses Video, wo man sieht, wie sich dann praktisch die Treppe zu einer großen Fläche ausdehnt und alles angehoben wird und dann am Ende man eben ehrlich reinkommt. Und das ist mir als Technik-Nerd irgendwie, ich finde das ganz schön, kostet wahrscheinlich unglaublich viel Geld, ist aber, also man sieht es von außen einfach nicht, wenn dieser Aufzug nicht verwendet wird, dann sieht es aus wie eine Treppe und man kann dann einfach ganz normal da langfahren und irgendwie alle Leute, die es sehen, die haben Spaß dabei. Also der Typ hat Spaß, das zu bedienen, ich habe mich ja mit dem unterhalten und das war schon ziemlich beeindruckend. Die Leute, die es gesehen haben, dachten so, oh Gott, was geht denn jetzt? Und wenn man da draufsteht, dann steht man im Mittelpunkt. Du hattest auch Spaß. Ja, ich hatte auch Spaß. Und das ist wirklich lustig, weil sowas sieht man nicht alle Tage.